Herzlich Willkommen zurück, wie versprochen noch ein paar mehr Videos hier in unserer Kili-Series auf meinem Channel. Heute machen wir die Make-Up Challenge, denn wir deutschen Jungs sind ja dafür bekannt, wie gut wir Make-Up können. Und deshalb probiere ich das jetzt mal, Kili ein bisschen noch schöner zu machen. Hier, ich will das so, dass du dich nicht so viel hast. Ich weiß, dass es etwas für deine Augen ist. Bitte nicht, dass sie sich so aussehen. Ich habe ein paar Pläne. Ja, genau. Du bist bereit. Du bist bereit. In den Krieg. In den Krieg. Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Okay, ich denke, wir brauchen das nicht. Ja. Look at the camera, das ist so schön. Okay. So, wir haben die Klonbeine. No. Was ist Klonbeine? Was ist Klonbeine? Was ist Klonbeine? Ist das was ich siegte? No. Was ist Klonbeine? Especially cause you don't know with brush teeth, no. Okay. Wie war das? 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 Ich habe zu viel benutzt. Oh, ich habe zu viel benutzt. Vielleicht ein bisschen? Nein, das ist okay. Es ist wie in der Middle Ages. Ich werde dich eine Queen aus. Ich bin schon die Queen. True, true, true. Ja, in der Haut ist der Beij. Ich werde dich nicht sagen. Ich werde mich nicht sagen. Ich werde mich nicht sagen. Ja. Es ist ein Farmer. Ja, ich habe auch ein Farmer. Ich werde meine Farmer ausgelaufen. Ich habe keine Farmer ausgelaufen. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Du hast es gemacht! Ah! 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 Ich liebe dich! Es sieht so schwer aus. Es ist schwerer als es aussieht? Ja. Du hast sogar noch versucht! Ja, ich habe! Aber du warst mich! Wenn du bereitst, wirst du das nicht so far! Die Mutter fährt sich. Die Mutter fährt sich! Ja, das ist so schön. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Okay, ich liebe dich mit meinem Gesicht. Ich liebe dich! Du hast dein Arzyn auf deinem Back. Ja, ich bin nervös. Ja, ich bin nervös. Es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Okay, das tut mir leid. Ich bin der Fall Out, Alf. Du bist so schade. Ich bin schade. Okay. Ist es normal, dass Mädchen in Amerika haben? Um, eigentlich, ein bisschen. Ein bisschen? Ja, viele Leute haben Make-Up. Okay. Die andere kleine Frau warst du mir vorhin, als ich in Applebee's war. Und sie sagte zu ihrer Mutter, »This guy ist wearing lipstick!« »Doe meine Lippen wirklich aussehen?« Ja, es tut mir eigentlich. Sie haben wirklich pigmented Lippen. Ja. Das ist das, was ich in der Schule mache. Du kontourst? Ja. Kann ich öffnen meine Augen? Ja. Du öffnest deine Augen. Das ist perfekt. Oh ja, perfekt. Das wäre ein schönes. Ich würde? Ja, du würdest. Ja. Du fühlst dich, guys. Wouldn't he be a beautiful woman? This is her eyebrows. I could sense the fear. You were like, oh my gosh, that's Masking Rass. Can we get some structure? Ich muss nicht filmen, weil sie sehr dick sind. Ich habe mich nur in den Augen gezwungen. Komm zurück, Leute. Sorry. Ich werde mich nicht mehr machen. Ich denke, ich werde mich nicht mehr machen. Ich weiß nicht, dass ich mich überrascht. Ich denke, Kevin ist zu machen. Wir müssen uns ein Selfie zusammen machen. Ja. Der Hund ist wie, was der fuck? Okay. Hey, was der Snapchat? Life is Chill 602. Life is Chill 602. Aber du willst einen Charmin? Ja, das ist nicht cool. Ich kann mit das chillen. Mostly über hier. Except für das. Ich fühle mich... Ja, ich fühle mich das. Das? Oh, aber... You sure? Ja, ich meine... Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Nein. Ich kann nicht ganzer. Ich kann nicht so nett sein. Aber das ist nicht so ... Das ist die Kine. Ich kann nicht so schnell aus. Du hast dir einen Schwiegen. Wie denn? Das ist die Liste. Das ist die Liste. Das sieht die Liste aus. Okay, sit down, sit next to me. Talk German now. Bis nächste Woche, checkt ihr Instagram, checkt ihr Snapchat, checkt lifeischill.com, checkt alles aus. Meine Sachen gibt es in der neuen Endcard und unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, euer Jan Wave, from America, Indiana. Hey buddy, what do you think about my makeup? Yep. Do you like it, do you even care? Not really.